WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Hallo zusammen. Ich bin Yves, und das ist Yves. Wir arbeiten beide bei EWZ als Netzelektriker. Heute zeigen wir mehr von unserem Berufsalltag. Wir richten den Maßstab mit der Wasserwand. Dann habe ich ein Sicherungselement montiert. Dort habe ich das Kabel angeschlossen, damit die Leuchte nachher mit Spannung versorgt ist. Hier sehen wir einen Abzweiger erstellen vom Stammkabel, das in der Nacht die Lampe leuchtet. Wenn du nicht zerrücklicher werden willst, musst du gerne draussen arbeiten, teamfähig sein, schwindelfrei und nicht farbenblind sein. Bei EWZ ist besonders, dass wir die ganze Stadt Zürich mit Strom versorgen. Dort bekommen wir Einblicke, die einen gewöhnlichen Bürger nicht haben. Das ist unser Ausbildungsraum. Hier bekommen wir unser Know-how, damit wir das später draussen anwenden können. Das ist ein Hochspannungsanschluss. Das kann man sich vorstellen wie eine sehr grosse Steckdose in der Hochspannung. Es gibt uns jetzt einen schönen Tag, wenn es euch gefallen hat, verwerben wir euch bei EWZ. Daher gibt es noch eine kleine Kabel. Achtung! Das ist ein Hochspannungsanweis.